Ich hab mich verlaufen. Es war dunkel. Ich bin Said gefolgt. Kurz danach ist mir ein Haufen Steine auf den Kopf gefallen. Also es tut mir leid, wenn ich Schwierigkeiten habe, mich zu orientieren. Kletter den Baum hoch. Was? Kletter auf den Baum. Vielleicht siehst du das Flugzeug oder du erinnerst dich wieder. Und warum nicht du? Was ist, wenn ich nicht will? Verprügelst du mich dann mit dem Jesus-Stock? Ich finde es abartig, dass an deinem Zitatenschatz getrocknetes Blut klebt. Wirst du jetzt auf den Baum klettern oder nicht? Was für ein Priester bist du eigentlich? Du musst noch höher klettern. Was du nicht sagst. Dankeschön. Danke schön. Danke schön. No! No! So, let's go! Untertitelung des ZDF, 2020